Weil er immer älter wird, dieses Geschenk machte Howard Carpendale Showmaster Florian Silbereisen. Auch vor einem der größten Entertainer des Landes macht das Alter keinen Halt, aus diesem Grund bekam Florian Silbereisen kürzlich ein kleines Präsent von seinem Schlagerkollegen Howard Carpendale. München, Florian Silbereisen, 42, ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Gerade tourt der Showmaster mit das große Schlagerfest XXL durch Deutschland. Am 30. April besuchte er mit seinen Gästen die Olympiahalle in München, und da plauderte der 42-Jährige auch mal aus dem Nähkästchen. So verriet er unter anderem, welches Geschenkschlager-Ikone Howard Carpendale, 78, ihm kürzlich machte. Doch dieses Präsent möchte der Sänger nicht anfassen. Das bekam Florian Silbereisen wegen seines fortschreitenden Alters geschenkt. Vier Stunden lang lieferten Florian Silbereisen, der von seinen Showbiz-Kollegen gerne mal mit kuriosen Spitznamen angeredet wird, und seine geladenen Promis für die rund 8000 Gäste eine Megaschlagersause. Um 19.30 Uhr startete das Event pünktlich, im Rahmen der Show packte er dann eine Geschichte aus, die im Publikum für Gelächter sorgte. Bunte.de war vor Ort und berichtet von der witzigen Beichte des Sängers. Vor 20 Jahren war ich noch jung und knackig. Heute bin ich, erzählte die Showlegende laut Bunte.de auf der Bühne, doch im zweiten Satz wurde Florian Silbereisen von einem Fan unterbrochen. Was genau hineingerufen wurde, ist nicht klar, doch der Schlagerstar scheint es gehört zu haben und erwiderte laut verneinend, sagt das nicht. Nein, sagt das nicht. Nicht gebrechlich. Nein, nein, so weit ist es nicht. Nein, nein, ich bin noch fit, aber man wird ein bisschen älter. Scheint, als wenn ein Zuschauer gebrechlich in den Saal geworfen hätte und Florian Silbereisen den Kommentar so nicht stehen lassen wollte. Trotzdem veranlasste dieses kurze Ferngespräch den Sänger dazu, eine witzige Geschichte auszupacken. Und zwar habe Musikikone Howard Carpendale dem 42-Jährigen kürzlich, laut seinen Erzählungen, eine Haartöhnung geschenkt, wegen seiner grauen Haare. Einen Sinn mehr, Florian Silbereisen steht zu seiner Haarfarbe. Obwohl Florian Silbereisen die Tönung durchaus gebrauchen könnte, dass er selbst sagt, er habe mittlerweile so viele graue Haare, habe er entschieden, alles beim Alten zu belassen, die Haartöhnung wolle er nicht anfassen. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr, lautete die Antwort des Schlagersstars. Und sein Fazit, ich werde in Zukunft einfach zum weisen Kapitän mit weißen Haaren auf dem Traumschiff. Obwohl der 42-Jährige kürzlich gegenüber der deutschen Presseagentur verriet, dass es ein Wahnsinnsgefühl sei, vor tausend feiernden Menschen auf der Bühne aufzutreten, offenbarte Florian Silbereisen ganz bescheiden, dass es für ihn auch in Ordnung wäre, vor kleinerem Publikum zu spielen.